hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren spiel und zwar heute spielen wir opposite zocker und ich würde sagen das ist einfach wie für 18 und ja wir sind dieser typ hier links noch nicht so mit wst sind bei der links und rechts ja eigentlich spielt man das mit der zweite person aber ich habe keine andere jetzt dazu da und deswegen haben wir so jetzt wer ist die und weil das auf jeden fall er war nicht so gut bei spielen und hier auf jeden fall das ist scheiße dass man nicht viel verabschiedet umgebung da im hindergrund ist auf jeden fall auch sehr sehr nice und das ist zu schwer was nein es ist extrem schwer zum angreifen mit mir und man diese spielen was spielt ja noch mal jetzt schuss 1 0 0 1 das ist so verdammt schwer zu steuern man sieht auch nicht wo der radball ist also wo man oder gerade ist sondern das ist kann man nur erahnen oh scheiße 0 2 die spieler und jetzt posten als ob die spiegel wir spiegel auf jeden fall ab ja das ist schon mal richtig schnall ist und das ist das hat ein tor eigentlich mal zwei wins natürlich und jetzt hier mal drauf knallen und operiert und wo jetzt kommt dann muss zwei prozent auf einmal spielen das ist echt nicht schwer es ist nicht leicht ich verstehe nicht was ich hier so eine scheiße spiele machen was spiele ich hier eigentlich was krasseste spiel aller zeiten glaube ich also das ist ein gigantes spiel auf jeden fall und oh man wo es ist eine weitere und das ist unglaublich ist hier wo hat man schon getunelt erst mal die wand ist im weg darauf schießen keine ahnung man schießen kann auch ist ein typ anderer typ aber drin was macht er denn tor man ja jetzt muss man darauf gehen hier das war so ein schuss jetzt mal feuer ich weiß ich weiß nicht wie man schießt kann man überhaupt schießen zuerst mal headzocker hier oh leu jetzt ein fall zieht so der spieler hat 00 endet das war so ein last minute goal diese wand ne die nervt schon so moment main menu aber so sieht das hier aus kann übrigens nur auf englisch und politische spielen und das nicht irgendwie umstellen hier die und dann gibt es gar nicht nur das hier na w w w war spiel ich hier jetzt direkt mal hier so ein schuss ab und feuer und jetzt oh 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 scheiße aber mit dem freund wird das am besten noch das beste und ohi 22 rasserschuss und oh außenpfosten alles heiß was lauter das gesehen das außennetz geht das hier phantomtor hoi hoi das man gesehen hat ne das ist ja schon traurig so voll bei oh scheiße oh 1 1 ich glaube das erste tor von den linken von der linken person kann das sein oh scheiße oh nein daneben oh jetzt muss gekontert werden oh 1 1 nee 2 1 oh so äh 3 1 ho als man den D raus hat ne dann hat er schon spaß und jetzt hier ist man hier so ein oh scheiße oh oh und tor 4 1 iiuiuiui jetzt geht es immer so richtig ab hier oh aufsteigen lassen jetzt hier so einen spitzen wink oh schönes tor 4 zu 2 ho ho oh scheiße oh 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 ja ich würde sagen ich sehe es gibt vielleicht mal bald einen zweiten Teil war eigentlich schon bock so nicht zu spielen und ja dann wäre es gewesen von diesem video wenn euch das video gefallen hat dann lasst einen post über bilder abonniere vergessen und tschüss